Lieber Klaus, wie kennst du mich? Durch Beziehungen, nein, durch Bekanntschaft. Im Zug. Nach Westerland. Nach Westerland. Ich war ganz begeistert von dir. Ich sagte nämlich, ich kann so schlecht laufen, was ich früher für Wanderungen gemacht habe, auf Sylt ist alles gar nicht mehr möglich. Da sagt sie, ihr ging es genauso. Und sie ist zu ihnen gegangen und kann seitdem, sie kann wieder wie ein Reh hüpfen. Und da habe ich gesagt, wo ist denn das? Hinter dem Ölgeschäft, hier. Öli, daneben. Ich habe gesagt, ja, weiß ich. So bin ich zu ihnen gekommen. Und du hast mich angerufen, als ich gleich nach Hause wollte, vorher. Ja, nein, ich habe zu Hause angerufen. Da war die Tochter da. Und da hat sie gesagt, Mutti ist im Westerland arbeitet. Und da habe ich gleich hier angerufen, also auf Handy. Und da hat sie ja arbeitet, die Mutti. Und da hat die Mutti zurückgerufen. Fand ich sehr nett. Dann habe ich wieder zurückgerufen. Und so sind wir zusammengekommen. Sehr schön. Und du bist sexy geworden, oder? Sexy ist es. Ich bin steineid. Und was ist mit deiner Füße? Ja, ich kann, ja, also, hier kann ich wunderbar laufen, sogar barfuß, was ich gar nicht konnte. Ich bin gespannt, wie ich nach Hause komme. Ja, Anfang gut, alles gut. Anfang gut, Ende gut. Ja, ja, richtig, sagt man ja, sagt man ja. Lauf, paar, Schritt. Ist das stimmig? Hast du recht? Kannst du laufen? Na, toll, toll. Dann zeig mal. Ja, na, ich bin... Ja, ja, ich bin... Aber ich habe um keine Schuhe. Ich konnte überhaupt nicht ohne Schuhe laufen. Ja. Und jetzt war auch wie ohne Schuhe. Super. Siehst du? So schnell geht das, ne? Tja. Und warum geht es so schnell? Weil du hast wundervoller Lachen. Ja, ja. Ja, sie haben mich zum Lachen gebracht. Ja. Zum Lachen gebracht. Das tut sehr weh, oder? Ne, das tut nicht weh. Aber ich bin empfindlich an den Füßen. Und sie haben gekitzelt. Und wenn die mich wieder kitzelt, muss ich lachen. Laut lachen. Aber es tat gut. Und nun kannst du dir ein Lager jetzt aufwächteln. Musst du nicht haben. Brauchst du nicht. Was bitte? Diese ein Lager. Ja, ich... Ich weiß es nicht. Probier mal, probier mal. Ne, ich weiß es nicht, Mensch. Ich weiß es nicht. So, meine Liebe. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Ja, bitte, gerne. Du hast mich so inspiriert. Ja, sie auch mich. Ich wurde auch inspiriert. Und den Rücken machen wir noch, ne? Ja, aber ich habe es mal mit den Füßen. Genau, genau. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Ja, gerne auch.